Hallo und willkommen zu einem weiteren Wrath of the Lich King Klassenguide. Hier geht es vor allem um die neuen Fähigkeiten, Talente und die wichtigsten Veränderungen. Außerdem gehen wir noch kurz auf mögliche Berufe, Glyphen, Talente und die Startpriorität ein. Zum Schluss gibt es dann noch ein Fazit, welches sich vor allem um das Gameplay der jeweiligen Ausrichtung dreht. Das Ganze soll mit Absicht kein detaillierter Endgame Guide sein. Wir wollen euch einfach zeigen, was euch in Wrath of the Lich King mit der jeweiligen Ausrichtung erwartet. Wie immer natürlich strukturiert und vor allem nicht in die Länge gezogen. Wenn euch das ganze gefällt, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Viel Spaß beim Video. Der Schurke ist in Wrath of the Lich King einer der besten Damage Dealer. Wurde er in Burning Crusade noch eher belächelt und hatte das Nachsehen gegenüber anderen Klassen, so ändert sich das Ganze deutlich. Wir gehen heute auf die beiden PvE Ausrichtungen in Meucheln und Kampf ein. Die eher PvP orientierte Skillung Täuschung schauen wir uns in einem separaten Video an. Kommen wir direkt zu den Fähigkeiten, welche ihr Talent unabhängig auf dem Weg nach Level 80 bekommt. Mit Level 75 bekommt ihr den Schurkenhandel. Das ist eine Art Irreführung, wie ihr sie auch vom Jäger kennt. Hierbei wird ihr von eurem nächsten Schaden verursachenden Angriff erzeugte Bedrohung sowie alle innerhalb von 6 Sekunden danach erfolgenden Aktionen auf das Ziel übertragen. Zusätzlich wird jeglicher verursachter Schaden des Ziels in dieser Zeit um 15% erhöht. Ihr habt nach dem Aktivieren auf ein befreundetes Ziel 30 Sekunden Zeit den ersten Angriff zu machen, erst dann starten die 6 Sekunden. Das Ganze kann noch via Glyphe von 6 auf 10 Sekunden erhöht werden. Mit Stufe 80 erhaltet ihr den Dolchfächer. Das ist ein Flächenschaden, welcher ohne Abklingzeit genutzt werden kann. Bei dieser werft ihr eure beiden Waffen und trefft alle Ziele innerhalb von 8 Metern, verursacht dabei 105 Waffenschaden durch Dolche und 70% Waffenschaden durch alle anderen Waffenarten. Hier habt ihr also einen Schadensvorteil, wenn ihr Dolche tragt. Zudem verteilt Dolchfächer eure Gifte. Mit Stufe 20 bekommt ihr Zerlegen. Hierbei entwaffnet ihr euren Feind und entfernt alle Waffen und Schilde bzw. sonstige getragene Gegenstände in der Main und Offend. Auch Fernkampfwaffen wie zum Beispiel ein Bogen vom Jäger sind davon betroffen. Ihr könnt zudem ab sofort Äxte tragen. Geht dazu einfach nach Ogrimmar oder Ironforge und lernt bei den jeweiligen Waffenmeister für ein paar selber die Fähigkeit Einhand-Äxte. Das System hinter eurer Energiedegeneration wurde so angepasst, dass diese nicht mehr in Ticks geschieht, sondern in Echtzeit nachgefüllt wird. Das Ganze fühlt sich dadurch deutlich runder an. Einer der kleinen aber wichtigsten Änderungen ist, dass euer Tritt nicht mehr von der globalen Abklingzeit abhängt. Dadurch könnt ihr jederzeit mit dem Kick unterbrechen. Verschwinden oder Vanish benötigt kein Blitzstrahlpulver mehr. Zudem wurde der Cooldown von 5 auf 3 Minuten reduziert. Dasselbe gilt für Entrinnen sowie Sprinten. Hier wurde ebenfalls der Cooldown von 5 auf 3 Minuten reduziert. Mantel der Schatten wurde dafür von 1 Minute auf 1,5 Minuten erhöht. Eure Finte wurde etwas überarbeitet. Hat sie in The Burning Crusade noch einzig allein eure Aggro reduziert, bekommt sie in Lich King noch den Bonus, dass der Schaden, welchen ihr durch Flächenschadenseffekte erleidet, 6 Sekunden lang um 50% verringert wird. Zerhäckseln wurde etwas gebufft, sodass ihr nun 40% statt 30% mehr Nahkampfangriffstempo bekommt. Eure Fähigkeit Vergiften wurde ebenfalls angepasst. Der alte Effekt ist noch derselbe, also alle Dosen von Tödliches Gift werden vom Ziel entfernt und dafür in Höhe der verteilten Dosen Schaden angerichtet. Zusätzlich wird nun nach dem Angriff mit Vergiften für 1 Sekunde und pro Combo-Punkt eine zusätzliche Sekunde eure Chance das Ziel mit Tödlichem Gift zu erreichen um 15% und die Frequenz das Ziel mit sofort wirkendem Gift zu erreichen um 75% erhöht. Das Erstellen von Giften ist Geschichte. Diese könnt ihr nun ganz einfach bei einem zwielichtigen Händler eurer Wahl zum Beispiel in einer der Hauptstädte kaufen. Sie befinden sich meistens in der Nähe eurer Schurkenlehrer. Das beruhigende Gift wurde geändert, so hat es nun die Chance einen Wut-Effekt zu entfernen. Ähnlich wie der einlörende Schuss vom Jäger. Das Wundgift benötigt nun keine 5 Stacks mehr, sondern reduziert beim Proc direkt den Heileffekt um 50%. Tödliche Gifte hat nach wie vor seine Stacks, wenn diese allerdings auf dem Ziel sind, führt jeder weitere Proc dazu, dass euch das Gift der anderen Waffe auf das Ziel wirkt. So könnt ihr zum Beispiel auf die andere Waffe sofort wirkendes Gift packen, was jedes Mal direkten Naturschaden anrichtet. Gedanken benehmeltes Gift hat zudem nur noch eine Zauberzeiterhöhung von 30%. Im Burning Crusade waren das noch 40%. Allerdings ist die Chance das Ziel zu vergiften von 20 auf 50% gestiegen. Das gleiche gilt für verkrüppelndes Gift. Hier ist die Chance auf 50% gestiegen, die Verringerung des Bewegungstempos bleibt dabei sogar auf 70%. Schauen wir uns den Meucheltalentbomb an. Bei dieser Skillung spielt ihr mit 2 Dolchen und macht den meisten Schaden über eure Gifte. Als 51er Talent bekommt ihr Blutgier. Mit dieser löst ihr einen Wutanfall aus, der jeglichen verursachten Schaden um 5% erhöht. Es muss allerdings ein Blutungseffekt auf das Ziel gewirkt sein. Der Blutungseffekt kann auch von einer anderen Klasse kommen. Das Ganze hält eine Minute. Starten wir ganz oben im Baum und schauen uns mal die wichtigsten Änderungen an. Wir überspringen dabei die Unrelevanten, bei denen sich zum Beispiel nur Zahlenwerte geändert haben oder welche einfach ihre Position getauscht haben. Ein neues Talent habt ihr hier direkt in der zweiten Reihe, nämlich Blutvergießen. Dabei wird der Schaden eurer Fähigkeit Blutung und Erdrosseln um 30% erhöht. Im Burning Crusade gab es hier noch das Talent Mord, welches lediglich den Schaden gegen Humanoide und andere diverse Kreaturen um 2% erhöht hat. Das Talent Lebenskraft ist nun deutlich weiter unten im Baum. Es erhöht eure maximale Energie um 10. Es ersetzt unerbitterliche Stöße, welches nun ein Enttäuschungsbaum gewandert ist und dort sogar 5 Punkte benötigt. Verbesserte Gifte erhöht nun die Chance euer Ziel mit tödliches Gift zu erreichen um 20% und die Frequenz, mit der das Ziel mit sofort wirkendem Gift erreicht werden kann um 50%. Davor waren es lediglich 10%. Tödliche Mischung wurde hinzugefügt, dabei vergiftet ihr das Ziel mit vergrüppelndem Gift, wenn ihr ein Ziel mit sofort wirkendem Gift, Wundgift oder gedankenbenehmendem Gift vergiftet. Demnach ein gutes PvP Talent. Ein ebenfalls neues Talent nennt sich Amok. Hier bekommt ihr 30% zusätzliche Energieregeneration, wenn ihr euch in der Verstohlenheit befindet bzw. 20 Sekunden nach Verlassen der Verstohlenheit. Ihr könnt den Bonus im Kampf ganz einfach mit einem Verschwinden erneuern. Schwäche aufspüren erhöht nun den Schaden von Offensivfähigkeiten um 6%. In Burning Crusade haben noch eure Finishing Moves den Schaden aller Offensivfähigkeiten 10 Sekunden lang um 10% erhöht. Mit fokussierten Angriffe regenerieren eure kritischen Treffer 2 Energie. Da ihr sehr oft kritisch treffen werdet, habt ihr eine deutlich erhöhte Energie-Zurückgewinnung. Meister der Gifte wurde angepasst, sodass es nun eure kritische Trefferchance aller Angriffe gegen jegliche Ziele, die von euch vergiftet wurden, um 3% erhöht. Das ist demnach ein starker Buff für den kompletten Raid. Zudem verringert es die Dauer aller auf euch wirkenden Gift-Effekte um 50% und vor allem es gewährt eurer Fähigkeit Vergiften eine Chance von 100% tödliches Gift nicht zu verbrauchen. Dadurch habt ihr einen riesigen Schadenspush, da Vergiftenschaden in Höhe eures verteilten Stacks macht. Wenn dieser nicht mehr entfernt wird, kann besagte Fähigkeit deutlich öfter verwendet werden. Außerdem, wie ihr wisst, führt jede weitere Anwendung von tödliches Gift, nachdem es 5x auf dem Gegner gesteckt hat, das Gift eurer anderen Waffe aus. Mit sofort wirkendes Gift macht ihr dadurch mit eurer anderen Waffe immer direkten Naturschaden, da der Stack von tödliches Gift ja nicht mehr auslaufen kann. Verstümmeln wurde etwas abgeschwächt. Dieses macht nur noch 20% erhöhten Schaden. In Burning Crusade waren es nur 50%. Den Spieß umdrehen ist ein Talent, welches eure Chance mit allen Komboangriffen kritisch zu treffen, für 8 Sekunden um 6% erhöht, nachdem ein Gruppen- oder Schlagzugsmitglied blockt, pariert oder bei einem Angriff ausgewichen ist. In Stücke schneiden ist ebenfalls ein extrem starkes Talent, mit dem ihr nach einem erfolgreichen Ausweiden oder Vergiften die maximale Dauer von 5 Kombo-Punkten eurer Zerheckseln auffrischt. Dadurch müsst ihr nur einmal ein Zerheckseln mit einem Kombo-Punkt auf den Gegner bringen, da ihr dieses einige Sekunden später ja sowieso automatisch mit einem 5 Kombo-Punkte-Zerheckseln auf den Gegner upgradet. Als Gildung empfehlen wir euch eine 51-18-02. Dabei habt ihr noch 18 Punkte im Kampf sowie zwei weitere im Täuschungsbaum. Ihr packt hier noch 5 Punkte in die Beidhändigkeits-Spezialisierung für 50% erhöhten Schaden auf eurer Schild an Waffe. 5 weitere Punkte in Präzision für 5% mehr Hit. Diese zählt auch für Gifte. 5 weitere Punkte gehen in Nahbereichsgefecht für 5% mehr Grit und 3 Punkte in blitzartige Reflexe für 6% Ausweichchance und vor allem 10% Nahkampfangriffstempo. Die letzten beiden Punkte gehen in günstige Gelegenheit im Täuschungsbaum für 20% erhöhten Schaden auf Meucheln, Verstümmeln und Erdrosseln sowie Hinterhalt. Dieses Gelungen ist jetzt vor allem auf Einzelziele und längere Bosskämpfe ausgelegt. Wir verlinken euch noch eine Alternative in der Beschreibung, welche sich mehr auf Energie, Regeneration und allgemein mehrere Ziele fokussiert. Als erhebliche Glyphen würden wir euch Blutgear empfehlen. Mit dieser bekommt euer 51er-Talent 3% Bonusschaden. Damit kommt ihr auf 8% Bonusschaden anstatt 5. Dazu die Glyphe Verstümmeln. Dabei werden die Energiekosten vom Verstümmeln um 5 Energie verringert. Als dritte noch Dolchfächer. Mit dieser erhöht ihr den Schaden von Dolchfächer um 20%. Alternativ gibt es noch Schurkenhandel. Damit wird die Dauer von Schurkenhandel und der damit gewährte Bonusschaden und Bedrohungsübertragung um 4 zusätzliche Sekunden erhöht. Das lohnt sich vor allem dann, wenn ihr 2 T10-Teile habt. Hierbei gewährt eure Fähigkeit Schurkenhandel 15 Energie anstelle der 15 Energiekosten. Als geringe Glyphe könnt ihr hier Ablenken für 5 Meter erhöhte Reichweite verwenden. Verschwinden, bei welcher euer Bewegungstempo um 30% nachdem ihr Verschwinden benutzt habt erhöht wird. So wie sicheres Fallen, bei welcher ihr noch tiefer fallen könnt ohne Schaden zu erleiden. Bei den Stats priorisiert ihr hier eure Trefferchance. Da ihr in der Meuchelskillung die meisten Schaden mit Giften macht und diese als Zauber zählen und nicht als Nahkampftreffer, werden hier die 17% Zaubertrefferwertung angepeilt. Das entspricht 315 Trefferwertung, bei welcher ihr allerdings das Talent Präzision aus dem Kampfbaum voll ausgeskillt haben müsst. Dies gewährt euch allein 5%. Somit müsst ihr die 315, also 12% noch mit eurer Ausrüstung erreichen. Solltet ihr einen Schattenpriester oder einen Gleichgewichtstruiden dabei haben, dann sind es nur noch 237. Durch dieses erhaltet ihr nämlich nochmal 3% mehr Zaubertrefferchance. Darauf würde ich mich aber erstmal nicht verlassen. Anschließend schaut ihr, dass ihr auf 26 Waffenkunde kommt, damit keine Angriffe mehr ausgewichen oder pariert werden können. Solltet ihr einen Org, Zwerg oder Menschen spielen und die passenden Waffen tragen, gibt es weitere 5 bzw. 3 Waffen, Kunde, ohne dass ihr dafür nur ein Ausrüstungsteil anlegen müsst. Danach bevorzugt ihr Angriffskraft gleichermaßen mit Tempo. Das sind in der Meuchelskillung definitiv die Hauptattribute. Zu guter Letzt wollt ihr kritische Trefferwertung. Auf diese müsst ihr allerdings nicht gezielt gehen, sondern nehmt sie bei Items-Upgrades automatisch mit. Da eure Gifte wie gesagt als Zauber zählen, ist für euch der Style der Rüstungsdurchschlägswertung nicht ausschlaggebend. Als Meuchelschurke bringt ihr für euren Raid 15% mehr Schaden auf eine Person dank Schurkenhandel mit. Vergesst ihr zudem nicht die Aggro-Weiterleitung. 3% Crit, Dank Meister der Gifte sowie 20% verringerte Rüstung durch Rüstungsschwächen kommen ebenfalls hinzu. Kommen wir nun zum Kampftalent-Bomb. Bei dieser Skillung spielt ihr mit zwei einhändigen Waffen, welche keine Deuche sind. Hierbei seid ihr etwas weniger auf eure Gifte angewiesen und euer reiner Nahkampfschaden fällt mehr ins Gewicht. Als 51er Talent habt ihr Mordlust. Dabei teleportiert ihr euch zu verschiedenen Gegnern innerhalb von 10 Metern und greift einen Feind mit beiden Waffen alle 0,5 Sekunden an, bis 5 Angriffe vollführt wurden. Während der Effekt läuft, ist der verursachte Schaden um 20% erhöht. Das gleiche Ziel kann dabei mehrmals getroffen werden. Unsichtbare und verstohlene Ziele allerdings nicht. Starten wir aber ganz oben im Baum. Generell hat sich in der Kampfausrichtung extrem viel verschoben und die Werte wurden angepasst. Wir gehen auch hier wieder nur auf Neuerungen ein. Beidhändigkeitsspezialisierung wurde in die erste Reihe geschoben. Dadurch kommt ihr viel leichter auch mit anderen Skillungen an besagtes Talent ran. Im Burning Crusade war dieses noch deutlich weiter unten aufzufinden. Präzision gibt nun ebenfalls 5% Hit-Chance auf Gifte. Da diese als Zauber zählen, wurden sie davon nicht berücksichtigt. Durchhaltevermögen wurde etwas angepasst. Dieses verringert nun den Cooldown nur noch um 60 Sekunden. Die Abklingzeit wurde ja sowieso von 5 auf 3 Minuten reduziert. Deswegen fällt das Ganze nicht ganz so ins Gewicht. Zudem erhöht es nun die Ausdauer um 4%. Repost entwaffnet nicht mehr. Allerdings habt ihr nun wie anfangs schon erwähnt eine eigene Fähigkeit namens Zerlegen, welches Talent unabhängig entwaffnen kann. Außerdem verlangsamt es nun die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels für 30 Sekunden um 20% und gewährt dazu noch einen Kombopunkt. Blitzartige Reflexe war in Burning Crusade noch in der ersten Reihe zu finden und hat nur die Ausweichchance erhielt. Nun hat es noch einen zusätzlichen Effekt, welcher euch 10% Nahkampfangriffstempo gewährt. Klingenanwendungen erhöht nun den Schaden von fünsterer Stoß und Meucheln um 10% und eure schadenverursachende Nahkampfangriffe haben eine Chance von 10%, das Ziel 8 Sekunden lang benommen zu machen. In Burning Crusade hat dieses den Schaden nicht erhöht. Die Schwertspezialisierung wurde in Niedermetzeln umbenannt, da diese nun auch für Äxte zählt. Die 5% Chance auf einen zusätzlichen Angriff sind dabei gleich geblieben. Adrenalinrausch ist nun ein 3 Minuten Cooldown statt 5. Vitalität erhöht nun eure Energieregenerationsrate um 25%. In Burning Crusade hat dieses lediglich eure Ausdauer und Beweglichkeit erhöht. Wurfspezialisierung erhöht die Reichweite von Werfen und tödlicher Wurf um 4 Meter und verleiht zudem eurem tödlichen Wurf eine Chance von 100%, das Ziel 3 Sekunden lang zu unterbrechen. Demnach ein perfektes PvP-Talent. Unfairer Vorteil ist ebenfalls ein neues Talent, welches euch jedes Mal Schaden machen lässt, wenn ihr einem Angriff ausweicht. Ihr weicht demnach aus und es wird automatisch 100% des Schadens eurer Waffenhand verursacht, ohne dass ihr was aktivieren müsst. Ebenfalls gut fürs PvP. Grausamer Kampf erhöht eure gesamte Angriffskraft um 4% und jeglichen körperlichen Schaden an Feinden, die von euch vergiftet wurden, ebenfalls um 4%. Die Schwachen Ausbeuten ist extrem stark. Dabei wird euer kritischer Schaden erhöht, wenn das Ziel prozentual gesehen über weniger Gesundheit verfügt als ihr. Dadurch wird es noch wichtiger, nicht blöd im Flächenschaden zu stehen oder gut eure neue Finte zu nutzen, um nicht unter die Gesundheit des Bosses zu rutschen. Andernfalls verliert ihr massiv an Schaden. Als Kampfskillung empfehlen wir euch eine 20 51 0. Es reichen euch dabei 51 Punkte im Kampfbaum, da ihr dadurch alle relevanten PvE-Talente abdeckt. Die restlichen 20 Punkte packt ihr in den Meuchelnbaum. Dabei steckt ihr noch 5 Punkte in Tücke für 5% mehr kritische Trefferchance. 2 Punkte gehen in Blutvergießen für erhöhten Schaden mit Erdrosseln und Blutung. 3 Punkte gehen in die Skrupellosigkeit, welche eure Nahkampf-Finishing-Moves eine Chance von 60% gewährt, eurem Ziel einen weiteren Kombopunkt hinzufügen. 5 weitere steckt ihr in Tödlichkeit. Dies erhöht den kritischen Schadensbonus all eurer Angriffe, die Kombopunkte erzeugen und keine Verstohlenheit benötigen. 2 Punkte in üble Gifte, um euren Schaden mit Giften und Vergiften um 14% zu erhöhen, sowie 3 Punkte in verbesserte Gifte, was die Frequenz euer Ziel mit tödlichem Gift zu erreichen um 12% und mit sofort wirkendem Gift zu erreichen um 30% erhöht. Ihr könntet hier auch nur 2 Punkte in verbesserte Gifte stecken und dafür noch Lebenskraft mitnehmen, um eure maximale Energie um 10% zu erhöhen. Wir verlinken euch diese sowie eine weitere Alternativskillung in der Beschreibung. Als erhebliche Glyphen verwendet ihr hier am besten Finsterer Stoß, welche euren Cooldown von Mordlust um 45 Sekunden reduziert. Die letzte Glyphe ist Alternativ, wobei ihr hier einige Optionen habt, je nach eurer Spielweise. Schurkenhandel gewährt Bonusschaden und die Bedrohungsübertragung wird um 4 Sekunden vergrößert. Glyphe Adrenalinrausch, um 5 Sekunden länger von Adrenalinrausch zu profitieren, wobei ihr diese eher in kurzen Kämpfen benutzt. Glyphe Blutung sollte vor allem in den ersten Raids noch relativ mächtig sein, da sie die Dauer von Blutung um 4 Sekunden erhöht. Solltet ihr keinen Krieger zwecks Rüstungszerreißen haben, dann könnt ihr noch die Glyphe Rüstungsschwächen wählen, welche die Dauer von Rüstungsschwächen um 12 Sekunden erhöht. Als geringe Glyphen könnt ihr hier Ablenken für 5 Meter erhöhte Reichweite mit Ablenken verwenden. Verschwinden, wobei euer Bewegungstempo um 30% erhöht wird, nachdem ihr Verschwinden benutzt habt, sowie sicheres Fallen. Hierbei könnt ihr noch tiefer fallen, ohne Schaden zu erleiden. Als Attribut priorisiert ihr auch hier eure Trefferchance. Da ihr sehr viel Schaden mit Giften macht und diese als Zauber zählen, werden hier die 17% Zaubertrefferwertung angepeilt. Das entspricht 315 Hits, wobei ihr allerdings das Talent präzisionvoll ausgeskillt haben müsst. Dieses gewährt euch allein 5%. Somit müsst ihr die 315, also 12% noch mit eurer Ausrüstung erreichen. Solltet ihr einen Schattenpriester oder einen Gleichgewichtstruiden dabei haben, dann sind es nur noch 237 Hits. Durch diese erhaltet ihr nämlich nochmal 3% mehr Zaubertrefferchance. Anschließend schaut auch ihr, dass ihr auf 26 Waffenkunde kommt, damit keine Angriffe mehr ausgewichen oder pariert werden können. Vergesst nicht, dass ihr allein durch euer Talent Waffenexperte 10 Waffenkunde bekommt. Solltet ihr jetzt noch einen Org, Zwerg oder Menschen spielen und die passende Waffen tragen, gibt es weitere 5 bzw. 3 Waffenkunde, ohne dass ihr dafür nur ein Ausrüstungsteil anlegen müsst. Nun geht es weiter mit der Rüstungsdurchschlagswertung. Hierbei liegt das Cap bei 1400 bzw. beim Schurken mit der Streitkolben Spezialisierung bei 1190. Danach legt ihr euren Wert auf Beweglichkeit, da euch dies automatisch Angriffskraft und kritische Trefferwertung gewährt. Im Anschluss geht es weiter mit Tempowertung. Als Raid Buffs bringt ihr mit dem Schurkenhandel eine Art Irreführung samt einen Schadenbonus mit. Dieser hält 6 Sekunden bzw. mit der richtigen Glüh für sogar 10. Mit eurem Talent Grausamer Kampf erhöht ihr jeglichen körperlichen erlittenen Schaden des Gegners um 4% sowie 20% verringerte Rüstung durch Rüstungsschwächen. Kommen wir zum Schluss noch zu den Berufen. Hier gibt es keinen wirklichen Unterschied für die beiden Ausrichtungen. Wenn ihr das Beste aus eurem Charakter rausholen wollt und euch Gold egal ist, würden wir euch Ingenieurskunst und Juwelierskunst empfehlen. Dank Ingenieurskunst bekommt ihr 23 Beweglichkeit auf den Umhang, 340 Tempo bei Proc auf Handschuhe, 24 Crit auf Schuhe sowie einen Nitro Boost, welcher temporär eure Laufgeschwindigkeit erhöht. Außerdem könnt ihr euren Schaden erhöhen mit Bomben, welche ihr unabhängig von der globalen Abklingzeit nutzen könnt. Dazu habt ihr einen mobilen Briefkasten, epische Brillen, wie man sie aus der Burning Crusade kennt, Zugriff auf die Bank oder auch ein Jobamount. Als Juwelenschleifer bekommt ihr deutlich bessere epische Edelsteine, wobei ihr bis zu 3 gleichzeitig sockeln könnt. Dadurch habt ihr einen guten Stud-Vorteil und seid vor allem flexibler als mit anderen Berufen. Solltet euch schlicht und ergreifend das Gold oder der Twink zum Farmen fehlen, dann könnt ihr natürlich auch einen Sammelberuf wie Bergbau anstelle von Juwelierskunst verwenden. Auch Kirschner und Lederverarbeitung ist möglich, wobei auch dadurch einiges an Berufsboni flöten gehen. Schaut allgemein mal in unser Berufsvideo rein, hier gehen wir auf alle Vorteile der jeweiligen Berufe ein. Ihr spielt mit dem Schurken eine extrem starke Nahkampfklasse, die gut und gerne in Raids eingeladen wird. Vermutlich wird man in jedem Schlachtzug 2 bis höchstens 3 dabei haben wollen. Allein da ihr eine starke Aggro-Umleitung samt Schadenserhöhung mitbringt. Um besagte Schadenserhöhungen werden sich vermutlich sogar viele Nicht-Tanks streiten. Dazu habt ihr weitere Raid-Buffs bzw. Boss-Debuffs in petto. Als Meuchelschurke macht ihr dabei euren Hauptschaden mit Giften und bringt allgemein den kompletten Raid 3% mehr kritischen Schaden. Der Meuchelschurke ist vor allem in den ersten Raids extrem stark, wird aber vermutlich spätestens ab Ende Uldua vom Kampfschurken eingeholt. Ein guter Dolchschurke im Raid ist allerdings nach wie vor gerne gesehen, alleine wegen dem Crit-Buff. Der Kampfschurke spielt mit zwei Schwertern, Kolben, Äxten oder einer Mischung aus beiden. Euer extremer Schaden, vor allem in den späteren lässt euch vermutlich immer unter den ersten im Damage Meter auftauchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne viel Spaß in WOTLK und immer genügend Mana Tränke mitnehmen, man weiß ja nie. über wie schaden Schaden